Oh! 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 Morgen Radefreaks. Es ist Viertel nach Vier. Ich werde dort auf dem Golfplatz als Greenkeeper arbeiten. Oh! Ja, liebe Radefreaks. Wir haben heute etwas Verrücktes vor. Wir werden heute einen Greenkeeper begleiten auf dem Golfplatz. Und da muss man natürlich früh aufstehen. Es ist hier jetzt halb fünf. Um fünf geht der Job los. Und ich, der Radefreak, will das mal miterleben. Wir sind hier auf dem Golfplatz St. Leon Roth. Und ja, wir müssen heute mit dem Handy hier filmen, weil der Radefreak bei diesem wichtigen Thema seine SD-Karte vergessen hat. So, Radefreaks. Mirko muss heute die Black Tees mähen. Und dazu holt er sich jetzt einen Handspindelmäher. Ja, ihr Leute, zieht euch das mal rein. Zieht euch das mal rein. Die ganzen Handspindelmäher, yeah! Wahnsinn! Jetzt wird es langsam cool. Mir lieber einen Fragen fix. Eine Maschine. 30.000 bis 40.000 Euro. 30.000 bis 40.000 Euro. 30.000 bis 40.000 Euro. 30.000 bis 40.000 Euro. Klick, 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 klick. Klick, klick. Sprit drin? Ja. Gut. Wir haben es mittlerweile halb sechs. Die ganzen Greenkeeper sind schon raus hier auf den Golfplatz. Um die verschiedenen Bereiche zu mähen, wir mähen heute Tees, nee Abschläge, wir mähen heute Abschläge. Die Black Tees, die Abschläge, genau. Der junge Greenkeeper. Also, wenn du was trinken willst, ja, bin ich hier. Ich hab jetzt. Ja, Mirko ist ein ganz junger Greenkeeper. Er ist 19 Jahre alt und ist jetzt kurz vor dem Ende seiner Ausbildung und mäht jetzt hier mit einem Greens Master 1600 die Black Tees. Das Black Tees heißt hier, das sind immer die Abschlagsmarkierungen, das sind die Abschlagsmarkierungen, das sind die Black Tees. Aber das sind die am weitesten von der Fahne entfernten Tees. Hinten sieht man seinen Kumpel, der ganz hinten da hinter diesem herrlichen Wassersprenger den Bunker hakt. Was ist das krass gewachsen. Untertitelung im Auftrag des Haaren. Was ist das revotiert? Beispiel Gesinn. Wo ist das? Musik Schaut euch das an hier. Der Tau liegt noch auf der Bahn. Die Enten sind noch nicht gestört von irgendwelchen Golfern, die hier Bälle in die Wicken hauen. So, lieber Rasenfix, der erste Abschlag von 18 Abschlägen ist gemäht. Er finischt jetzt hier nochmal die letzten Kanten. Und das ist so ein toller, kräftiger Rasen. Traumhaft. Weiter geht's. Zack, näher auf. Zack, den Rasenschnitt in den Gatorain. Den Rasenschnitt in den Gatorain. Gatorain, wenn man also englische Wörter spricht, dann spricht man das zweite Wort auch gleich englisch. Gatorain. Gatorain. Ja, das ist jetzt der Abschlag für die Profis. Das Black Tea. Der halbwegs gute Golfer, so wie ich. Der spielt jetzt vom orangefarbenen Abschlag. Und der liegt halt zwei Felder weiter vorne. Es ist wirklich noch recht frisch heute Morgen. Unglaublich. Es wird noch ein brütend heißer Tag. 27 Grad. Aber noch ist es herrlich. Es ist eine fantastische Luft. Oh. Hier an dem Abschlag, kann man noch ganz gut sehen, wir haben die vor ein paar Wochen für German Boys & Girls viereckig gemacht, damit es einheitlich zum Platz passt. Und hier sieht man auch am Rand noch, dass wir hier noch frisch Soden reingelegt haben. Ah ja, okay. Oh wow. Genau. So, lieber Radenfix, das ist jetzt ein wunderschön neu gemachter Abschlag. Das Black Tea für die Bahn 18. Schick hier mit so einer Holztreppe. Man schreitet also hier hoch. Genießt diese unfassbare Parklandschaft. Hahaha. Hey Leute, ich bin wirklich begeistert, das ist total. Mirko hat jetzt Schwierigkeiten mit diesem Abschlag, weil der Abschlag natürlich eine scharfe Kante hat. Uh. 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 Ja, die Maschine ist nicht ganz ohne. Wenn die läuft, dann läuft sie. Ja, die Maschine ist nicht ganz ohne. Ich finde ja Golfplätze mit diesen unglaublichen Rasenflächen, das finde ich ja so dermaßen fantastisch. Yeah! Ja! Da wollte er mich mähen lassen. Aber auch eine Profi-Maschine schneidet nicht alle Halme ab. Da stehst du morgens um Viertel nach vier auf, fällst um Viertel nach vier aus dem Bett raus, denkst dir, ey, wie bescheuert bin ich eigentlich. Dann bist du irgendwann wach und stehst auf dem Golfplatz, schmeißt deinen Rasenmäher an und mähst hier das fette grüne Gras. Junge, Junge, Junge. Wahnsinn! Jetzt wird das Grün nochmal bewässert, weil es gerade frisch mit einem Algendünger gedüngt wurde. Der Regenbogen im Wassersprenger. Guckt euch mal diesen fetten Roller hier an. Wahnsinn! Was für ein fetter Grün-Froller! Boah! Ich bin da hier, guck! So, hier seht ihr hier zwei, zwei ganz alte und erfahrene Greenkeeper. Ja, wie heißt du? Pasquale. Pasquale ist schon 22 Jahre dabei. Jawohl. Wie lange bist du da? Ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Du bist so lange dabei. Hier, Pasquale. Ja. Wie ist das hier? Wie ist das hier? Wie in Italien. Wie in Italien. Yeah! Was muss man jetzt eigentlich mitbringen, um ein guter Greenkeeper zu werden? Meine persönliche Meinung ist, man muss gerne draußen sein. Man muss es lieben, draußen zu sein. Man muss es lieben, in der Natur zu arbeiten. Es ist eine auch anstrengende körperliche Arbeit. Man muss auch fit sein. Man ist wahnsinnig viel in der frischen Luft. Das muss man mögen. Man muss auch ein bisschen Ahnung von Pflanzen haben. Vor allen Dingen von Gräsern. Das hilft immer. Man muss sich mit Maschinen ein bisschen auskennen. Und man muss, und man muss, und man muss vor allen Dingen gerne mähen. Man muss es lieben, zu mähen. Wenn ich beim Rasenmähen Glücksgefühle habe, der ist hier falsch. Wie kann man denn nun Greenkeeper werden? Eine Möglichkeit ist es einfach, sich auf einem Golfplatz für eine Ausbildung zu bewerben. Das hat der Mirko gemacht. Er hat sich hier direkt auf dem Golfplatz St. Leon Roth beworben und ist genommen worden. Der hat schon am 12-Jähriger gerne gemäht. Er hat mit 17 angefangen, seine Ausbildung hier als Greenkeeper. Dann gibt es die Doiler an verschiedenen Standorten in Deutschland, wo man den Beruf des Greenkeepers lernen kann. In verschiedenen Kursen und verschiedenen Stufen. Das kostet tatsächlich auch sehr viel Geld. Und das dauert auch einige Jahre. Und dann ist man irgendwann geprüfter Fachagrarwirt oder Greenkeeper oder Head Greenkeeper. Und wenn man das immer weiter steigert, kann man irgendwann auch der Superintendent von einem Golfplatz sein. Und vielleicht sogar von so einem Wahnsinns-Golfplatz hier. Ein echt schöner Golfplatz. Ist auch teuer, wenn man hier spielen will, aber das macht nichts. Das ist halt so ein wunderschöner Golfplatz, der hier toll gepflegt wird. Warum bist du denn Greenkeeper geworden? Ich bin Greenkeeper geworden. Ich mache das schon seit ca. 10 Jahren daheim bei mir im Garten. Hat angefangen mit dem Spielzeuggrasenmäher. Habe ich meinem Papa hinterher gemäht. Als ich das dann selber machen konnte, habe ich das so gut es ging gemacht. Ich habe mit YouTube angefangen. Die ein oder anderen wird das vielleicht schon was sagen. Vielleicht kennen mich ein paar Leute. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich mal echt interessieren. Und ja, dann habe ich Andreas auf YouTube gesehen. Ich habe Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich habe ihn dann vor ca. 2 Jahren besucht. Auf einer Deutschlandtour. Und er sagte mir, dass hier der Golfclub St. Leonbrot ausbildet. Und da war ich gerade im Urlaub. Das waren noch so 2-3 Tage vor Bewerbungsschluss. Und am letzten Tag habe ich da die Bewerbung runtergerattert. Und die wurde so perfekt, weil ich es aus meinem Herz raus geschrieben habe. Und ja, dadurch bin ich hier gelandet. Also ich habe es dem Andreas zu verdanken wirklich, dass ich hier diese Stelle gefunden habe. Und dass ich hier diese Ausbildung machen kann. Und das muss man wirklich dazu sagen. Dafür auf jeden Fall ein ganz herzliches Dankeschön. Und ja, sonst hätte ich diese Möglichkeit vielleicht gar nicht entdeckt. Ja, du bist jetzt fast fertig. Zwei Jahre läuft die Ausbildung hier. Genau. Und was bist du dann? Wie heißt das dann? Hast du eine Berufsbezeichnung? Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Pfarrer Grafwirt für Golf- und Sportpflege. Sondern diese Ausbildung nennt sich SVQ Level 2 Sports Turf. Was? Nochmal. SVQ Level 2 Sports Turf. SVQ Level 2 Sports Turf. Genau. Jetzt wissen wir es. Okay. Das läuft über das Elmwood College in Schottland. Aha. Die schreiben mir sozusagen diese Ausbildungsinhalte vor. Die sind auf Englisch. Oh, da muss man auch Englisch können. Ja. Ein bisschen. Es ist schlecht, wenn man es nicht kann. Oha. Ja, also. Ein bisschen geht schon. Aber es ist, man lernt da schon ein bisschen dazu. Aber das ist gut so. Sehr cool. So, und jetzt musst du weitermähen. Ganz genau. Weiter geht's. Yeah. Da kommt er. Yeah. Jetzt geht's ab. Oha. Du hast den Kopf mitgenommen von dir. Oh Mann, X. Mach dich ja auch. Guckt euch das mal hier an, wie schick das jetzt hier ist. Traumhaft. Das ist ja auch ein fantastisches Bild. Und hier wird gerade ein kleiner Schutzwall gebaut gegen die Kröten. Damit die Kröten hier nicht aus dem Wasser rauskommen. Und über das Fairway laufen, wenn hier gemäht wird. Das ist ja nicht so schön. Ich habe jetzt mittlerweile meine Mütze aufgesetzt, um mich von der Sonne zu schützen. Und Mirko schneide jetzt nochmal schön die Ecken. Und ich sei schon wieder fertig. Oh, oh, oh. Rasenfisch. Großes Drama. Wir müssen nochmal nachmähen. Hier, dieser eine Abschlag, der hat auch einen anderen Rasen. Der sieht wirklich wie nicht gemäht aus. Hammer. Ich zeige euch das mal. Der hat hier viele Gräser stehen gelassen, der Meer. Und das ist natürlich nicht der Anspruch, den wir hier haben wollen. Alter, da muss man nochmal ran, der Mirko. Da muss man nochmal ran. Das ist echt ein kleiner Abschlag mit engen Grenzen. Nicht einfach. Da werden nur die wahren Profis ran gelassen. So, langsam ist es warm hier. Und jetzt sieht der Abschlag schon viel, viel besser aus. Freaks. So, jetzt ist er fertig. Jetzt holen wir den Ventrac und mähen um die Abschläge herum das hohe Gras. So, Rasenfisch. Was natürlich auch dazu gehört, ist die Geräte wieder sauber zu machen. So, Mirko ist schon ein bisschen geschafft. Ich bin noch ganz entspannt. Aha. So, da kommt jetzt hier der Fangkorb hin. Oh, hier stinkst du richtig schön nach Jauche. Hier gibt es noch gar nichts. Boah. Brutal, aber geht nicht anders. So, Freaks, das ist der Ventrac. Da habe ich auch schon mal ein cooles Video drüber gesehen, über den Ventrac, der unglaubliche Schräglagen fahren kann. Der hat so eine ganz breite Spur. Damit werden die ganz schrägen Bereiche um die Abschläge herum jetzt gemäht. Oh, super. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, das liegt dann in denen da hinten, an den Golfern, das wird nämlich natürlich dann tagsüber und am Nachmittag wird das richtig voll hier, da ist der Platz voll mit Gästen, mit Golfspielern und dann kann man hier natürlich schlecht Greenkeeping betreiben. Deswegen versuchen hier die Greenkeeper immer morgens möglichst früh anzufangen und dann vielleicht schon mittags eins um zwei fertig zu sein und dann haben die Golfer ihre Ruhe und die Greenkeeper haben auch nicht so viel Stress mit den Golfern. So sieht das aus. Oder Mirko? Ganz genau, hast du super erklärt. Sehr gut. Ja, Mirko, vielen lieben Dank, dass du hier, wir müssen noch ein bisschen, mach mal deinen Käppchen ein bisschen, oh, der sieht dich überhaupt. Ja, Mirko, vielen lieben Dank, dass ich mit dir hier mal einen Tag auf dem Golfplatz verbringen durfte als Greenkeeper. War eine total coole Sache. Vielen Dank, sehr cool. Wir haben natürlich ein fantastisches Wetter, also wirklich ein Megawetter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liebe Zuschauer, liebe Radensfreaks und schreibt mir die Kommentare, was ihr vielleicht noch wissen wollt oder was wir sonst noch mal drehen können und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn. Tschüssi. Ciao.